Ich wünsche mir, dass alle Kollegen hier bei Capron genauso glücklich sind wie die Kunden, die unsere Fahrzeuge kaufen und deshalb brauchen wir hier einen Betriebsrat. Wir wollen halt, dass ihr die Mitbestimmung habt, dass ihr über viele Jahre den Job ordentlich ausführen könnt, ohne eure Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Ein Betriebsrat ist für mich ein Garant dafür, um den Beruf und die Familie miteinander ordentlich zu vereinbaren. Mehr als 30 Jahre nach der Wende sollte es auch hier im Osten zum guten Ton gehören, als Unternehmen tarifgebunden zu sein. Tarifverträge schaffen Sicherheit, Zufriedenheit und Arbeitgeberattraktivität. Die Kommunikation in der Firma klappt einfach nicht. Viele Informationen von der Geschäftsführung kommen bei der Belegschaft gar nicht an oder nur stückchenweise. Der Betriebsrat ist ganz wichtig für uns im Betrieb, da wir im Prinzip Rechte und Pflichten von den Arbeitnehmern genauso haben wie für den Arbeitgeber. Zum Beispiel bei dem Thema Arbeitszeit wünschen wir nicht nur die Mitbestimmung vom Geschäftsführer, sondern von allen Mitarbeitern, die durch den Betriebsrat mitentscheiden dürfen. Mir ist wichtig, dass der Betriebsrat bei uns aktiv ist, um unsere Arbeitszeitgestaltung, unsere Urlaubsgestaltung und unser Schichtsystem zu überwachen, mitzubestimmen. Um bei Personalentscheidungen mitbestimmen zu dürfen, wie zum Beispiel Kündigungen oder Einstellungen. Der Betriebsrat heißt für mich, die Taktzeiten nach der Personalstärke anzupassen, da unsere Kolleginnen und Kollegen unter hohem Druck arbeiten, das geht auf unsere Gesundheit. Ein guter Betriebsrat steht auch dafür, dass die Arbeitssicherheiten am Arbeitsplätzen und in der Werkshalle umgesetzt werden und nicht nur auf dem Stück Papier stehen. Capron mit Betriebsrat und einem starken Partner der IG Metall. Die IG Metall ist unser Ansprechpartner gewesen, wir haben die ins Boot geholt. Wir sind sehr gut mit denen gefahren, die unterstützen uns von Anfang an. Wir sind jetzt sehr weit gekommen, wir stehen jetzt kurz vor der Wahl. Wir brauchen die Gewerkschaft im Rücken. Dass wir auch keine verschiedene Forderungen durchsetzen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, geht am 21.07. wählen. Denn dort habt ihr alle die Möglichkeit, hier fundamental was zu verändern und zu bewegen. So wie das jetzt läuft, kann es einfach nicht mehr weitergehen. Es geht um uns, um euch, um die Firma, um unsere Mitbestimmung. Leute, kommt zur Wahl, denn wir können den Wind nicht ändern, sondern wir können die Segel neu setzen. Capron, nur mit Betriebsrat und IG Metall.